Hi meine Lieben und ganz herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Ich habe euch auf Instagram gefragt, was ihr eher sehen wollt, denn ich hatte zwei verschiedene Themen, über die ich heute mit euch reden wollte. Entweder über das Thema dick sein und wie man dadurch trotzdem mehr Selbstbewusstsein bekommt. Oder über das Thema Bodyshaming in der Beziehung. Mir haben aber auch viele geschrieben, dass sie gerne möchten, dass ich über das Thema auch noch ein Video drehe und das werde ich auf jeden Fall machen. Ich finde das Thema ist eigentlich auch sehr wichtig und ja, falls ich da irgendwie meine Tipps mit euch teilen kann, dann werde ich das natürlich machen. Aber wie gesagt, heute soll es um das andere Thema gehen und da habe ich mir auf meinem Handy ein paar Fragen von euch notiert und auch einfach so ein paar Sachen, die ich einfach noch dazu sagen möchte, um das alles so ein bisschen zu ergänzen. Und ich hoffe natürlich, dass euch das Video gefällt und eventuell vielleicht auch ein bisschen hilft. Und wenn ja, würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn dies der Fall ist. Lasst es mich auf jeden Fall mal unten in den Kommentaren wissen, ob ihr eigentlich auch jemand seid, der übergewichtig ist oder seid ihr jemand, der eine normale Figur hat, der mit dem Thema noch nie irgendwas zu tun hatte und vor allem, wie alt ihr seid. Könnt ihr mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben, das würde mich sehr interessieren. Und ich würde sagen, wir fangen einfach sofort mit dem Video an. Wie ihr wisst, habe ich über das Thema, was meinen Körper angeht und über das Thema Plus Size und Abnehmen und alles Mögliche, das habe ich in der letzten Zeit versucht, auf meinem Kanal ein bisschen mehr so zu integrieren und ein bisschen zu thematisieren. Vor allem das Thema Plus Size, weil es mir halt einfach super wichtig ist, egal ob man am Abnehmen ist oder nicht. Das Ding ist, ich weiß, dass ich niemals Größe 36 tragen werde, also werde ich nie dünn sein, mal ganz davon abgesehen. Ich werde entweder immer Plus Size oder Curvy bleiben, egal wie viel ich jetzt abnehme oder nicht. Und wie gesagt, ich habe bis jetzt eigentlich immer versucht, dieses Thema so gut es geht auf meinem Kanal zu integrieren. Und dieses Jahr wird es auf jeden Fall noch mehr werden. Ich habe mir da bestimmte Sachen überlegt, die ich so ein bisschen noch mit einbringen möchte, die mich halt selber interessieren. Ja, wo ich mir denken könnte, dass es vielleicht auch andere Leute sehr stark interessiert. Und ich habe ja auch selber gemerkt, dass das Thema super gut bei euch ankommt, weil halt aus meiner Community auch viele Leute dabei sind, die halt auch übergewichtig sind. Aber eine Frage, die ich immer wieder gestellt bekommen habe, wie schaffst du es eigentlich, mit deinem Gewicht zu selbstbewusst zu sein? Wie schaffst du es, mit deiner Figur halt zu selbstbewusst zu sein? Wie machst du das alles? Wie gehst du mit Kritik um? Wie gehst du mit irgendwelchen Beleidigungen um? Und ja, wie viele wissen, war ich eigentlich nie jemand, der dünn war. Ich war eigentlich noch nie dünn. Ich war immer schon jemand, der ein bisschen, ja jetzt nicht fett war, aber schon stämmiger war. Okay, ich hatte eine Zeit, da war ich wirklich dünn, aber das ist halt auch schon ein bisschen länger her. Aber ich denke mal so, wenn man 12, 13, 14, eventuell auch noch 15 ist, hat das Thema Abnehmen in dem Leben irgendwie noch nicht so zu suchen, finde ich jetzt. Denn ich finde, das ist irgendwie ein Alter, wo du dich, wie gesagt, auf das Thema jetzt nicht konzentrieren solltest. Außer natürlich der Arzt sagt so, sie muss abnehmen. Aber jetzt so selber würde ich niemals mit 12 Jahren entscheiden, so, ich würde jetzt abnehmen und mache eine Diät. Das war für mich halt einfach nie Thema. Ja, aber trotzdem war man halt irgendwie unzufrieden mit seinem Körper. Und das hat sich halt dann jahrelang hingezogen, weil man natürlich immer irgendwie Freunde hatte oder immer in der Klasse jemanden hatte, der halt einfach dünner war als man selber. Man hat halt gesehen, die Leute können so viel shoppen gehen und ja, haben halt irgendwie gefühlt mehr Freunde oder hatten mehr Dates oder hatten mehr Beziehungen als man selber. Und ich persönlich finde, was ich in den letzten Jahren auch gelernt habe, das hat nichts mit dem Übergewicht zu tun oder sonstiges. Natürlich auch zum Teil, weil es halt einfach Männer gibt, die das nicht schön finden, wo ich natürlich kein Problem mit habe. Denn es kann halt nicht jedem alles gefallen, aber so ist das halt auch andersrum. Und es gibt halt auch einfach Männer, die halt einfach dünne Frauen nicht attraktiv finden. Ja, ich finde auch das sollte akzeptiert werden, weil es ist halt einfach jeder so, wie er ist. Ja, wie gesagt, ich finde, das hat irgendwie halt nichts mit dem Gewicht zu tun gehabt, sondern eher was mit meinem Selbstbewusstsein. Wenn du unselbstbewusst auftrittst und einfach schüchtern bist und einfach zurückhaltend bist, dann hast du eher, denke ich mal, Probleme natürlich, Leute kennenzulernen, als wenn du offen bist und einfach zu dem stehst, was du bist. Und ich muss jetzt wirklich mal dazu sagen, ich war damals nicht fett. Ich war wirklich nicht fett. Ich habe, keine Ahnung, vielleicht 10, 15 Kilo mehr gewogen als die anderen Leute. Aber das ist für mich kein Fettsein. Das ist halt, okay, die ist halt mollig. So wisst ihr, was ich meine. Hätte ich damals halt einfach das Selbstbewusstsein gehabt, was ich heute hätte, gehe ich mal nicht davon aus, dass ich so behandelt worden wäre, auch wie ich damals behandelt worden bin. Natürlich, es gibt halt immer einfach Leute, die einen immer schlecht behandeln, weil du einfach 2 Kilo mehr wiegst. So ist das immer einfach. Das ist die Gesellschaft. Das wird leider niemals weggehen, was ich einfach nur abstoßen und unnötig finde. Aber man kann die Leute leider nicht ändern. Ja, aber so war das dann immer. Und ich habe mich dann irgendwann einfach nur noch super, super unwohl gefühlt und dachte mir, okay, entweder du lebst dein Leben lang jetzt damit, dass du dich hässlich findest, dass du dich nicht schön findest, dass du dich unattraktiv findest, dass dich jeder andere unattraktiv findet. Oder du fängst einfach mal damit an, wenigstens zu versuchen, dich selbst zu akzeptieren und das war, glaube ich, die beste Entscheidung, die ich hätte treffen können. Denn seit da an hat sich mein Selbstbewusstsein auf jeden Fall um einiges gesteigert. Man sollte halt einfach wirklich so sein, wie man selber ist. Man sollte sich nicht in irgendwelche Kategorien reinzupassen, in irgendwelche Klicken oder so reinzupassen oder in irgendwelche Lebensstile oder was auch immer. Dafür sollte man sich niemals verändern, denn man sollte eigentlich stolz darauf sein, was man ist, wer man ist. Man ist halt einfach ein Unikat. Und je mehr man sich verstellt, desto mehr ist man halt einfach nicht mehr man selbst. Und ich habe mich damals so versucht zu verstellen, dass ich anderen Leuten gefalle, dass ich dem und dem Idol näher komme und habe mich davon immer mehr von mir selber entfernt und habe mich dadurch irgendwie noch mehr gehasst, als ich es vorher irgendwie schon getan habe. Und ich finde, so etwas sollte halt auf keinen Fall der Fall sein, dass man sich selber hasst, weil man selber ist wirklich der einzige Mensch, mit dem man sein Leben lang was zu tun hat, mit dem man sein Leben lang zusammen ist. Egal, was passiert, du bist immer die Person, die immer bei dir ist. Da sollte man sich nicht hassen. Man sollte sich so mögen, wie man ist. Und wenn man das natürlich nicht schafft, weil man sagt, ich bin zu dick oder ich bin zu dünn, dann sollte man was dafür tun, dass man sich einfach selber wohler fühlt. Wenn man sagt, ich finde mich zu dick, dann muss man halt natürlich irgendwas daran ändern. Oder man sagt einfach, okay, komm, ich ändere das einfach und versuche mich jetzt in meiner Figur so zu akzeptieren, wie ich bin. Und da kann es mir komplett egal sein, ob andere Leute das schön finden, ob andere Leute das auch akzeptieren, dass ich mich so akzeptiere, oder ob die anderen Leute das feiern und du dir durch andere Leute deine Komplimente holst, dein Selbstbewusstsein holst. So etwas sollte halt einfach nicht der Fall sein. Wenn andere Leute dich nicht schön finden, wenn du dick bist, dann ist das denen ihre Sache. Es geht halt einfach darum, dass man sich wirklich selber so akzeptiert, wie man ist, egal, was andere Leute von einem halten. Das ist einfach das Wichtigste, wie man einfach irgendwie Selbstbewusstsein dazu bekommt, indem man einfach stolz auf sich selber ist. Natürlich gibt es dann wieder diese Grenze, wenn wo Selbstliebe aufhört und sowas, und das dann einfach nur noch eine andere Form annimmt. Aber sich zu akzeptieren, so wie man ist, das hat einfach was mit Selbstbewusstsein zu tun. Und so wächst das halt. Und natürlich kannst du nur Selbstbewusstsein dazu bekommen, wenn du dich auch mit Leuten umgibst, die dir dieses Selbstbewusstsein täglich geben. Zum Beispiel hatte ich, wie gesagt, vor Tim halt noch keine Beziehung. Und dadurch hatte ich halt nie jemanden, der mich darin gestärkt hat, dass ich hübsch bin, so wie ich bin, und dass ich weder abnehmen muss, noch meine Haare schmeiden muss, oder sonstiges, um schöner zu sein. Und seit ich halt mit Tim zusammen bin, habe ich halt noch mehr Selbstbewusstsein dazu bekommen, weil ich halt einfach jeden, so gut wie jeden Tag gesagt bekomme, dass ich einfach hübsch bin, wie ich bin, und dass ich mir nicht von irgendjemand anderem was sagen lassen soll. Und so welche Leute sind halt einfach wichtig. Und wenn ihr Leute um euch rum habt, die euch immer wieder schlecht machen und sagen, du bist dick, geh mal abnehmen, fühlst du dich eigentlich wohl so, wie du aussiehst, blablabla. Und mit so Leuten solltet ihr nicht abhängen. Und es ist ganz egal, wer das ist. Sei es die beste Freundin, aber dann ist es nicht deine beste Freundin, oder sei es irgendwer aus dem Freundeskreis, oder ein Familienmitglied oder sonstiges. Von so Leuten sollte man sich einfach grundsätzlich trennen, denn durch solche Leute wirst du niemals Selbstbewusstsein bekommen. Das ist einfach unrealistisch. Das ist auch keine Motivation, irgendwie an sich zu arbeiten. Man muss einfach lernen, Leute um sich rumzuhaben, die gut für einen sind und die auch ein gutes Verein wollen. So, und ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zu den paar Fragen, die ich mir hier rausgeschrieben habe. Ja, ich finde, das sind nochmal so gute Fragen, die das Thema einfach nochmal so komplett aufgreifen. Hier ist auch eine Frage, die eigentlich auch schon zum Thema Bodyshaming in der Beziehung passt. Und zwar, hast du Bedenken, dass Tim deine Figur nicht mag? Nein, habe ich nicht. Denn in unserer kompletten Beziehung und auch Ehe hat sich eigentlich, seit wir zusammen sind, nichts geändert. Ich glaube, wie jeder weiß, bin ich ein bisschen dicker geworden, seit wir zusammen sind. Er akzeptiert mich und liebt mich, so wie ich es auf jeden Fall mitbekomme. Immer noch so wie vorher. Ich glaube aber auch, dass man das merken würde, wenn es nicht mehr so wäre. Klar, immer, wenn man irgendwie mal seine schlechten Tage oder so hat, geht man halt davon aus, so, du findest mich bestimmt nicht mehr hübsch. Und Tim hat halt zum Beispiel auch oft das Denken, dass ich ihn halt nicht mehr hübsch bin, weil er halt nicht mehr so super dünn ist, wie er damals war. Ich persönlich, wie gesagt, bin eh jemand, der absolut gar nicht aus Aussehen geht. Tim könnte jetzt von mir aus 50 Kilo oder 150 Kilo wiegen. Für mich würde sich da nichts ändern, weil er ja immer noch er selber ist. Und es ist mir komplett egal, wie derjenige aussieht, weil das, was da drin ist, das ändert sich nicht durchs Aussehen. Wenn dir gesagt wird, dass du dick bist und was ändern sollst, wie reagierst du da drauf? Ich reagiere da eigentlich gar nicht drauf. Das Einzige, wo ich da drauf reagiere, wenn man mir das sagt, ist entweder, wenn mir das der Arzt sagt oder halt jemand aus meiner Familie beziehungsweise eigentlich nur meine Mutter oder Tim. Das sind eigentlich so die wichtigsten Leute, wo ich dann eher darauf hören würde. Aber sonst lasse ich mir sowas von niemandem sagen, denn, wie gesagt, das ist der eigene Körper und da hat man selber drüber zu entscheiden und niemand hat die da irgendwie reinzureden und zu sagen, du musst das jetzt aber machen, damit du schön bist. Nein, du musst einfach du selber sein und dann bist du am schönsten. Ich würde sagen, ich packe mal hier gerade zwei Fragen zusammen, denn es ist so gut wie die gleiche Frage. Wie schafft man es, sich in der heutigen Gesellschaft zu akzeptieren und wie durchbringt man dieses Schönheitsideal, das man durch zum Beispiel Medien im Kopf hat? Mal ganz davon abgesehen, diese ganzen Schönheitsideale, die da auf Instagram und so rum tollen. Man muss einfach mal dazu sagen, wenn man wirklich mal tief in Instagram reingeht, dann sieht man einfach, dass die meisten Sachen einfach nur noch komplett bearbeitet sind. Aber man sollte sich darauf einfach nicht einlassen. Das ist das Internet und im Internet kursieren so viele Sachen rum, die einfach nicht real sind. Und nur weil da irgendein Trend ist, du musst, keine Ahnung, so und so viel abnehmen in der und der Zeit oder du musst so eine Figur haben, damit du hübsch bist und das ist einfach völliger Schwachsinn. Und ich würde mich auf sowas auch einfach niemals einlassen und ich war auch noch nie jemand, der sich darauf eingelassen hat. Und ich finde das vor allem auch für die Jugend heutzutage, ist es der Tod eigentlich, wenn man das mal so nennen möchte. Mädchen sind halt immer eher so, ich muss schön aussehen und ich muss dünn sein und bla bla bla. Und wenn ich mir jetzt vorstellen würde, dass mein Bruder ein Mädchen wäre, ich glaube, der wird sterben irgendwann. Weil er ist ja jetzt auch in dem Alter, wo er langsam so ins Internet rankommt. Und ich glaube wirklich, dass das echt schlimm ist für so Leute in diesem Alter, so zwischen, keine Ahnung, ich würde jetzt mal sagen, so ab 9 geschätzt irgendwie bis 15. Das kann der Tod sein für solche, weil die einfach davon ausgehen, ich muss so aussehen und wenn ich so nicht aussehe, dann bin ich nicht schön, dann bin ich nicht attraktiv und das ist völliger Schwachsinn. Weil in dem Alter sollte man sich keine Gedanken darüber machen, ob ich dünn bin, ob ich eine Beziehung kriege oder nicht. Ich finde, da sollte einfach der Fokus darauf liegen, dass man sich selber wohl fühlt und dass man gesund ist. Sobald es einem wirklich egal ist, was andere Leute über einen denken und man nur noch danach geht, was für einen selber am wichtigsten ist. Ich glaube, da fängt es einfach an, dass man lernen kann, sich selbst zu lieben. So, und ich würde sagen, wir kommen jetzt zu den zwei letzten Fragen. Vergleichst du dich oft mit anderen YouTubern? Ich habe noch nicht einmal erlebt, dass ich mich mit irgendwelchen anderen messen will oder vergleichen will auf YouTube. Noch nicht einmal. Und ich mache jetzt seit fast vier Jahren YouTube und ich habe das noch nicht einmal gehabt. Ich hatte das immer bei anderen Sachen zum Beispiel. Och, der bearbeitet seine Videos, aber schön cool, kann ich ja vielleicht auch machen, bla bla. Aber ich bin nie davon ausgegangen, oh, wäre ich gern so dünn wie die oder würde ich gern so hübsch sein wie die und bla bla bla. Ich denke mir dann gerne mal so, oh, hätte ich gern die Haare so wie die oder die Wimpern so wie die. Das wäre mega cool. Aber ich vergleiche mich nicht. Das Ding ist, ich gehöre auch nicht in diese typische YouTuber-Schiene, wo irgendwie so alle reinfallen, würde ich jetzt mal so sagen. So diese ganzen Blogger, Vlogger und Beauty-Gurus und ich gehöre einfach nicht rein und da werde ich auch niemals reingehören. Das bin einfach nicht ich. Ich gehöre einfach nicht rein. Ich bin einfach jemand, der halt, wie gesagt, für Plus Size steht und das finde ich auch wirklich gut, weil ich finde das Thema, das wird viel zu selten angesprochen. Und die letzte Frage, die ich jetzt noch beantworten möchte, die ich echt schlimm fand, so etwas zu lesen und zwar, ich habe manchmal das Gefühl, dass ich nicht gut genug bin für eine Beziehung, weil ich dick bin. So etwas geht gar nicht. Jeder Mensch hat das Recht auf eine Beziehung, egal ob du dick oder dünn, groß oder klein oder blond, braun, schwarzhaarig. Jeder Mensch hat ein Recht auf eine Beziehung und da ist es bewusst, wie du aussiehst. Es kommt darauf an, dass derjenige dein Inneres liebt und niemals sollte man sich schlecht fühlen. Niemals sollte man sich nicht gut genug fühlen für eine Beziehung. Niemals. Niemals. Nur weil man dick ist, ist man halt nichts Schlechteres oder hat kein Recht auf Liebe, auf eine Beziehung, auf irgendwas. Deswegen sowas bitte auf keinen Fall. Und ja, das war jetzt mein Video. Ich habe da ja schon mehrmals drüber geredet und auch schon Videos drüber gemacht. Ich kann euch das mal hier oben auf jeden Fall verlinken. Oder schaut einfach mal unten in der Infobox vorbei, da werde ich euch auch nochmal was verlinken. Wie gesagt, das Einzige, was ich immer wieder sagen kann, wie man einfach am Selbstbewussten wird, ist, sich mit Leuten zu umgeben, die einem gut tun, die einem auch dieses Selbstbewusstsein geben und natürlich sich anfangen, selbst zu akzeptieren und darauf scheißen soll, was andere Leute übereindenken. Denn das macht krank und das verhindert leider auch oft, dass halt viele Leute selbstbewusst werden. Denkt auf jeden Fall dran, mir unten in die Kommentare einmal reinzuschreiben, ob ihr eigentlich auch übergewichtig seid oder ob ihr Normalgewicht habt. Und lasst mich auch auf jeden Fall unbedingt mal bitte wissen, ob ihr jemand seid, der auch selbstbewusst ist oder nicht. Und ob euch diese Tipps vor allem irgendwie auch helfen, ob ihr davon was habt oder ob ihr sagt, so, das bringt mir absolut gar nichts. Weil da weiß ich nämlich auch Bescheid. Ich würde mich natürlich wie immer sehr über euer Feedback freuen. Natürlich auch über einen Daumen nach oben oder über ein kostenloses Abo. Gerne auch die Glocke aktivieren, damit ihr hoffentlich immer Bescheid bekommt. Denn dieses Jahr gibt es dreimal Videos von mir in der Woche, montags und mittwochs um 16 Uhr und sonntags um 11.30 Uhr. Würde ich mich natürlich dann darüber freuen, wenn ihr am Mittwoch wieder um 16 Uhr dabei seid. Und dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüss!